Heutzutage meditieren immer mehr Menschen, doch viele kennen nicht die geheimen Gefahren. Wenn du auch häufig meditierst, dann solltest du dir unbedingt dieses Video ansehen, damit du keine langfristigen Schäden vom Meditieren bekommst. Die Überempfindlichkeit Es könnte passieren, dass du beginnst, Gefühle und Emotionen verstärkt wahrzunehmen. Viele Menschen, die bisher ihre Gefühle gut verdrängen konnten, verlieren genau diese Fähigkeit. So bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und nach einer Lösung für ihr Problem zu suchen. Wenn du also weiterhin lieber das Verdrängen praktizieren möchtest, solltest du Meditation unbedingt meiden. Verlust des Zeitgefühls Zeit wird beim Meditieren irrelevant und löst sich manchmal auf. Das kann dazu führen, dass du nicht mehr genügend Zeit hast, den wichtigen Dingen im Leben nachzukommen, wie zum Beispiel in Social Media scrollen, Serien schauen oder deine Mails stündlich zu checken. Wenn du also keine Zeit für diese wichtigen Dinge verpassen willst, dann lass das Meditieren besser bleiben. Die Entdeckung von Schatten Während du meditierst, könnten dunkle Gedanken und unliebsame Erinnerungen plötzlich wieder hochkommen. Es könnte sich herausstellen, dass du mehr Probleme hast, als du dachtest. Wenn du dich deinen Problemen nicht stellen möchtest und du deine Traumata lieber ungeheilt lassen möchtest, damit sie weiterhin von deinem Unbewussten aus wirken können, dann solltest du unbedingt Abstand vom Meditieren halten. Die Abhängigkeit von Stille Du wirst so sehr an die Stille gewöhnt, dass selbst das Geräusch eines quietschenden Stuhls wie eine Beschallung wirkt. Wenn du lieber unsensibel bleiben möchtest, sodass du 8 Stunden werbehypnotisiert durchs Kaufhaus spazieren kannst und fest daran glaubst, Freude mit Dopaminüberschuss zu verwechseln, dann meditiere besser nicht. Die ständige Selbstbefragung Du wirst plötzlich in eine Phase eintauchen, in der du dir tiefsinnige Fragen stellen wirst. Was ist der Sinn des Lebens? Oder bin ich wirklich glücklich? Daraufhin kann es passieren, dass du dein ganzes Leben veränderst. Wenn du nicht nach solchen Antworten suchen willst, dann halte dich besser von der Meditation fern. Gefangensein im Jetzt Wenn du regelmäßig meditierst, dann beläufst du der Gefahr, dass Vergangenheit und Zukunft weniger Bedeutung bekommen könnten und du zu Jetzt zentriert wirst. Wenn es also zu deiner Lieblingsbeschäftigung gehört, dir Ängste und Sorgen über die Zukunft zu machen oder die Vergangenheit zu bereuen, dann solltest du lieber nicht meditieren. Anders sein Es ist doch so schön, sich immer anzupassen, nicht aufzufallen und anderen immer gerecht zu werden. Wer meditiert, könnte vielleicht noch auf die Idee kommen, seinen unerfüllten Job zu kündigen oder sich von seinen besten Zweckbeziehungen zu trennen. Wenn du auf keinen Fall einzigartig sein möchtest, sondern immer so sein möchtest, wie es andere von dir erwarten, dann darfst du auf keinen Fall meditieren. Die intensive Selbstkritik Es wurde beobachtet, dass Menschen, die häufig meditieren, plötzlich ihre alten Gewohnheiten verändern. Außerdem folgen sie nicht mehr den mühselig konditionierten Mustern, die sie jahrelang aufgebaut haben und die ihr Leben zuverlässig auf die erfolgreich schiefe Bahn geführt haben. Wenn du dich davor bewahren möchtest, dein Leben zum Positiven zu verändern, ist Meditation nicht für dich geeignet. Verlust der Langeweile Wer mag es nicht? Stunden im Stau Das Warten auf die verspätete Bahn oder die gähnende Geburtstagsfeier deiner Schwiegeroma Wer regelmäßig meditiert, könnte Gefahr belaufen, dass solche Erlebnisse nicht mehr mit Langeweile gesegnet sind, weil sie automatisch zum Meditieren genutzt werden. Wenn du die wichtige Lebensqualität der Langeweile nicht verlieren möchtest, dann solltest du Meditation besser sein lassen. Die plötzliche Erkenntnis über Stress Wer viel meditiert, wird merken, wie gestresst man wirklich ist und etwas dagegen unternehmen. Das ist nicht gerade hilfreich, wenn du versuchst, deinen Stress zu unterdrücken und zu ignorieren. Auch kostenlose Burnout-Kuren, die von der Krankenkasse übernommen werden, um dich wieder für die Arbeitswelt tüchtig zu machen, würden nicht mehr gebraucht werden. Wenn du lieber gestresst bleiben möchtest, dann bleib besser beim Nicht-Meditieren. Das waren die geheimen Gefahren der Meditation. Wenn du selbst noch einen ironischen Witz auf Lager hast, dann ab damit in die Kommentare. Lass uns gemeinsam meditativ lachen. Hat dir dieses Video hier gefallen? Schicke es einem guten Freund, den du auch zum Lachen bringen möchtest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, indem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Dein Andreas Schwarz